servus und herzlich willkommen zu einer weiteren folge golf it mit der little miss lia lp was haben wir jetzt heute graveyard genau heute haben wir die bahn graveyard und mal sehen wie hoch ich diesmal gewinne ja mal schauen ob ich gewinne oder du verlierst könnte man machen ach du scheiße aber ist so easy ist locker easy ok bist du über der bahn ich bin drüber raus gesprungen ja ich auch obwohl es so einfach ist ich werde zurückgeboostet mann ja ich applaudiere für mich selbst ich auch in erster war einfach schon so schlecht die musik ist ein bisschen anstrengend muss sagen ein bisschen zirkus ok ok wo ist denn das ziel da hinten ich weiß es nicht ich sehe gar nichts aus meiner position wir können mit v können wir auch raus ich weiß aber das verstehe ich nicht ich spiele bande ok wo ist das ziel ach da hinten links aus dem weg genauso wie ich genau wie ich auch 4 und 5 aber ich habe ja einmal da war ich nichts gesehen hat musste ich mich erst mal frei schießen ich kürze ab wir dann mach mal hui häng ich jetzt im tunnel fest ich hänge im tunnel fest nein ich hänge im tunnel fest und fall immer runter ja ich habe die abkürzung genommen ich bin raus ok das ist voll ätzend berechne dir das mit dass sich die platte dreht ja mach ich hast du gesehen wie ich das gemacht hab mhm fast gut ja 9 ich glaube das habt ihr mal extra gemacht für diejenigen die abkürzen bei mich hat es immer runter gedrückt am ende ah das ist eine rampe nutze sie doch nutze sie doch ich wollte die maus bloß ablegen und warten was du machst und dann gegen die kerze hüpfen hast du gesehen gegen die kerze über die strecke hinaus alles klar ist das ziel unten ja ne äh ja nein da ist noch was davor man ich bin so genau aufs lach zugerollt aber mit der nächste sitzt auf jeden fall so drin mit fünf der war echt nicht schlecht der war echt nicht schlecht ich fall runter ich auch ja wie blöd lege ich denn ja toll hier kann man ja gar nichts anfangen oh mein gott wie geil oh bitte bleib stehen bleib stehen bleib stehen fünf ich hab auch fünf dann war ich ja gar nicht so schlecht oder oh 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 gott das hat jetzt auch ein hole in one bei beiden sein können so nice ach da unten lesen lesen kann ich nicht das ist ein glücksspiel ja yes 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 warum eigentlich wie warum das ist ein glücksspiel was kommt da noch so ein ding ich bin ja so mit der kamera wir so richtig geiler hätte ein bisschen fester sein können bisschen fester und ich wäre wahrscheinlich direkt rein bin drin ich nähere mich auch langsam zack ein paar wo ist jetzt hinter uns äh 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 auch verstehe okay ich glaube ich mache lieber auf nummer sich ja immer jo drei ja ich hänge in so einer kacken position bei mir war es auch knapp so mit der stärke dass ich da oben liegen bleib beziehungsweise nicht zur seite weg roll aber auch nicht drüber raus schießen muss so zum beispiel so zum beispiel oh nein was ist das oh wieso ich hab mir noch gedacht so das messer könnte dich auch ins loch katapultieren aber das nicht auf die oh man jetzt wird jetzt vorbei jetzt werde ich wieder zwölf schläge brauchen und mein vorsprung äh mein gleichstand ist jetzt hinüber boah wie viel boah wie viel das war noch gleichstand ooooooooh ach man ja ist jetzt ist das doof jetzt hier zwölf schläge so können wir wenigst länger die musik genießen das ist super ja komm hier ich verballer den letzten schlag jetzt einfach keine Ehre hättest du ja auch ein bisschen fester machen können dann wäre das vielleicht sogar noch frei ohne schlag ouch kann ich nochmal schlagen ne okay ja mit dem letzten muss man einfach probieren ja ist ja gut okay ich habe das gefühl dass hier irgendwas passiert ich auch wäre glaube ich zu einfach Nein, das ist einfach ein Hindernis in der Mitte. Man sieht es aber gar nicht. Ja, das ist optische Täuschung. Optische Enttäuschung, ja. Genau. Aber wie liege ich denn jetzt? Oh, was? Das ist voll fies. Jetzt rollt es auch noch zurück. Schön. Ist vielleicht gar nicht schlecht, das könnte mein Winkel hier super beeinflussen. Echt jetzt? Dein Ernstball? Nein! Bin drin. Bist du denn, Adda? Nein! Nee, ich sag das ist voll fies. Jetzt aber. Das ist mir auch passiert. Das ist mir auch passiert. Dann wenn es schon immer relativ sicher aussieht, nie zu sicher sein. Okay, jetzt, das weiß ich. Das sag ich dir auch gleich in vornherein. Da vorne sind glaube ich so Art Portale. Also wir müssen in die Hexenkessel rein. Die Frage ist bloß in welchen? Hm, ich glaube ich war... Oh, oh. Hallo. Na? Hm? Ich bin am Anfang. Pfff. Okay. Aus dem Weg. 6. 7. Wenn ich einmal zurück am Anfang war. Ja, ich war auch irgendwo am Anfang. Aber nicht ganz so krass, glaube ich. Ähm. Oho. 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 Ja, genau. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Oho. 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 Wie unfair. Eine der schlimmsten Stellen zum Einlochen. Oho. Pfff. Vergiss es einfach. Dachte ich mir schon, dass der zu leicht ist. Aber es ist ja auch wirklich filigrane Arbeit. Okay. Filigrane Arbeit! Mhm. Ja, passt auf! Ja, okay, ich sehe. Hup! Ja, es ist super filigran. Ist es! Mhm. Boah, Gott sei Dank. Ich hab ja drei Schläge gebraucht. Hä? Und wo? Ich erinnere dich bei meiner nächsten Bahn, wo ich so gut bin. Okay. Das war schlecht. Ah, nicht so schlecht. Bei mir. Hui! Mit drin. Ich auch. Mit drei. Ich auch. Wir haben echt krass gegleistert eigentlich. Außer mal ein paar Ausnahmen. Ja gut, wie der Gesamtzustand aussieht, weiß man nicht. Was macht man hier? Ah, okay. Erstmal dich vorauslassen und dann... Wahrscheinlich nicht zu fest. Und auch nicht zu leicht. Okay. Oh. Oh. Super. Flieg doch mal in so einen blöden Topf. Oh. Das war zu stark. Oh, das war zu leicht. Ich weiß auch nicht, ob der richtige ist. Oh, das war zu leicht. Oh, ich habe die Topfe fehlt. Super. Okay, jetzt könnte ich reintreffen. Oh! Aus dem Weg. Nein! Ach, wieder... Ah, okay. Dachte wieder am Anfang. Weil wir so weit hinten in den Topf rein sind. Das gibt's doch nicht. Acht Schläge schon. Ich bin bei elf. Oh, auf Ende. Kopp! Bist du hier? Nein! So knapp. Das schaffen wir beide nicht. Okay, da war's leicht. Ja, das ist es. Ich hatte nur noch eine Insel quasi vor mich. Ich war ja schon viel näher dran als du. Und Ende! Und Ende! Geil! Mann! Der war fies! Der war echt mega fies! Das ist richtig. Okay, welches ist das? Was ist denn an mir? Äh... Hä? Wo bist du? Achso, okay. Keine Ahnung. Okay. Nein, zu leicht. Huiuiuiui. Kommst du ein bisschen runter? Mhm. Komm mal wieder runter! Bleib da! Bleib da mal stehen. Hopp! Uuuuuh! Aber gleichzeitig geschlagen, ohne... ...atrotzen vor dir drin. Auf meine vier. Das ist ja wenigstens fairer. Okay, ich geh... ...den Weg. Moment, ich seh den Dings gar nicht. Hey, wieso nimmst du den gleichen Weg, den ich nehmen wollte? Das ist nämlich ein anderes. Oh, das ist voll fies. Wieso wüsste das sind wir da oben? Das kann doch nicht sein! Oh, das war auch drei Mühe am Loch vorbei. Oh, jetzt bin ich knapp davor runtergefallen. Bist du schon drin? Ja, natürlich bist du schon drin. Mh-mh. Ohhhh... Der war zu leicht. Meinst du? Hm, der war zu fest. Oder wenn die Deko nicht im Weg gewesen ist, jetzt vielleicht... Oh! Oh, geht der denn hin? Ja gut, du könntest so fest schlagen, dass du einmal den kompletten Lupium genimmst und dann erst nochmal hochkommst. Ha! Ha! Jawoll! Ja, war... ne? Acht Schläge. Die haben wir auch nur knapp über meinen. Über das zwei. Ja, knapp. Da muss immer das Verhältnis sehen. Das ist auch fies. Locker easy. Achso, man landet auf der anderen Seite von der Schrecke, falls man's verkackt. Ja! Das wird jetzt ein Hin und Her. Hui! Wir sollten vielleicht Kollision des nächsten Mann machen, wäre auch ganz lustig. Das ist echt anstrengend, ne? Ach, so knapp! Ich bin drin! Ja, hab ich gemerkt. Du auch, du auch! Ja! Nice! Ja, aber bei einem Einschlag mehr. Trotzdem sehr gut. Direkt, direkt nachgemacht. Okay. Teleporter, ja. Au! Eingelocht. Nee. Oh! Ich verstehe. Ich verstanden, was ich gemeint habe, ne? No! No! Wo bin ich denn jetzt? Achso. Ne, du bin ich woanders. Ich bin ganz woanders jetzt. Ah, wo bin ich? Oh, cool, 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 cool. Nice! Ich bin übers Loch drüber weggeflogen, hinten in den Topf, und das hat mich dann so hochkatapultiert, dass ich genau ins Loch geflogen bin. Echt jetzt? Dein Ernst? Wie fies. Wie viele Schläge hast du gebraucht? Weiß ich nicht mehr. 107 schon wieder. Okay, du hast im Vergleich zum letzten Video wenige Schläge gebraucht und ich mehr. Aber guck mal, wir sind immer hier 3, 3, 5, 5, 2, 2, 3, also wir sind, ich werd besser. Ja, und dann 14, 14. Aber hey, wir sind immer so relativ gleich. Ja, wir nähern uns vom Skill Level an, bloß mich beunruhigt, dass ich immer schlechter werde. Der Friedhof war nicht unseres. Ja, gut. Ist auch Glückssache, wie gesagt. An manchen Stellen. Ja. Gut. Ja. Okay. Dann. Bis? Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Glocke aktivieren, nicht vergessen, abonnieren. Schreibt einen Kommentar, ob es euch überhaupt gefällt, das ganze Projekt hier. Wobei das auch nicht viel Einfluss nimmt bei mir im Produzieren vor. Aber schreibt es trotzdem einfach mal rein. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Ja, genau. Wir haben gerne ein bisschen Konversation noch. Ja. Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 見